Der längste Laufsteg der Stadt, über 150 Freizeitmodels, das ist der Fashion Day 2017, veranstaltet von der STG Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft. Fashion Day Gesicht Annika Schiel ist mit dabei, wenn die Händler der Innenstadt ihre neuesten Herbstkollektionen präsentieren. Wir sind Wedekind Mode und wir machen dieses Jahr wieder mit beim Fashion Day, weil es immer so einen Spaß macht. Unsere Models sind immer super motiviert und unsere Kunden haben einen Riesenspaß dabei. Wir haben eine neue Firma im Sortiment, Talk About, und unsere Kunden dürfen sich auf jeden Fall auf Sportalm freuen, auch eine neue Firma. Die werden wir bestimmt auf dem Fashion Day zeigen. Ach, die passt am besten. Wenn die Show vorbei ist, dann geht es bei uns erst richtig los. Dann kommen auch ganz viele Kunden auf ein Säckchen, dann wird probiert, angezogen, bis nachts. Der Fashion Day am 1. September um 18 Uhr auf dem Neustädtischen Markt. Das ist noch ein Säckchen, dann却 in der Säckchen, dann wird hier etwas zu sehen gemacht. Das ist noch ein Säckchen, dann wird hier etwas zu sehen. Aber im Fall ist noch ein Säckchen.